Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von K.E.K. Und los geht's mit der ersten Halbzeit. Paula Meier pfeift die Partie an. Turbine Potsdam im Ballbesitz. Und er kommt gut in den Strafraum. Er kommt gut und da haben wir den ersten Abschluss der Partie. Und in der ersten Spielminute. Super Eckball, nächster Kopfball und Tor. 1 zu 0 für die Turbine. Frühe Führung für die Gäste. Klasse Kopfball, super Ecke. Und die FC Bayern-Grauen kalt erwischt. Kalte Dusche für die Mannschaft von Klara Schöne. Weixler kommt da nicht mehr ran. Und jetzt kommt die Turbine wieder. Über Pauline Deutsch. Nächster Abschluss. Die Gäste machen hier ordentlich Dampf. Wollen gleich nachlegen. Guter Freistoßklasse. Verlängert. Abschlusskappe ist aber knapp rechts vorbei. Erste Chance für die Auserinnen. Bitter für die 18-jährige Schweizerin. Und jetzt ist mal Platz für die FC Bayern. Frauen auf der rechten Seite. Nicht gut gespielt. Die Flanke. Aber jetzt kommt der Nachschluss. Und Beinall. Der Ausgleich durch Sarah Ernst. Deutsch allein auf weiter Flur. Rechts ist Platz. Laura Lindner. Schickt nochmal Deutsch im Strafraum. Eckball. Nächster Kopfball und auch der wird gefährlich. Nachschusschance. Ja, warum nicht mal probieren von Viktoria Schwalm. Super Kaufball von Nito. Pauline Deutsch. Erste kleine Annäherung im zweiten Durchgang ans gegnerische Tor. Laura Linden jetzt fast so ein bisschen die einzige Spitze. Gefährlich, was die FC Bayern Frauen da machen. Und da ist jetzt Platz da für die Turbine. Klasse Ablage und dann der Distanzschuss von Meier Hahn. Aber auch der geht am Tor vorbei. Wieder Schmidt. Guter Pass. Klasse abgelegt, Silemoncic. Pressschlag und jetzt die Superchance und Abschluss. Und klasse Parade von Juliane Schmid. Gegen Meier Hahn. Ecke von Nito. Flach geht, treten. Der rutscht durch. Und jetzt nochmal vielleicht der Distanzschuss. Legt ihn sich dann nochmal zurecht. Und der gute Abschluss. Und die nächste gute Parade von Juliane Schmid. Schüttler. Klasse Balle in die Spitze. Und jetzt wird es gefährlich. Und auf einmal Rotuna frei und Parade, Vanessa Fischer. Ecke kommt von rechts. Ist nochmal scharf und die Riesenschance. In der 90. Spielminute zum Ausgleich. Vanessa Fischer kann sich nochmal auszeichnen. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Turbine Potsdam gewinnt mit 1 zu 0 auswärts bei den FC Bayern Frauen. Durch den frühen Treffer von Mia Schmid in der fünften Spielminute. Die Turbine gewinnt also auch das Rückspiel gegen die FC Bayern Frauen. Und die Turbine feiert den zehnten Saisonsieg. Und es ist wieder ein 1 zu 0. Zum letzten Video geht es hier entlang. Hier findet ihr eine Playlist mit allen Highlights der zweiten Frauen-Logues-Liga. Und hier könnt ihr ganz einfach den Kanal abonnieren, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. 2 3 ∫